Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes, TCM-Stromeingangssignal hoch, was bedeutet P0883, dieser Diagnosefehlercode DTC ist ein generischer Antriebsstrangcode und gilt für viele OBDI-Fahrzeuge ab 1996, dies kann Fahrzeuge von Hyundai, Allison, Range Rover, BMW, Chevy, Kia, Dodge, Jeep und so weiter umfassen, ist jedoch nicht darauf beschränkt, obwohl generisch, können die genauen Reparaturschritte je nach Jahr, Marke, Modell und Antriebsstrangkonfiguration variieren, wenn ihr Fahrzeug einen Code P0883 gespeichert hat, der von einer Störungsanzeigelampe, MIL und oder einer TCM-Lampe, Getriebesteuerungsmodul begleitet wird, bedeutet dies, dass das Antriebsstrangsteuermodul PCM einen Hochspannungszustand in der TCM-Leistung erkannt hat Eingangsschaltung, während einige Getriebesteuerungsmodule für Fahrzeuge mit OBDI-Ausstattung in das PCM integriert sind, sind die meisten eigenständige Komponenten, TCM-bezogene Codes werden je nach Fahrzeugmarke und Modell als P-Codes, B-Codes oder sogar U-Codes gespeichert, wenn ein P0883-Code gespeichert ist, besteht eine gute Chance, dass auch andere PCM- und oder TCM-Codes gespeichert sind ABS-Codes, Antiblockiersystem, können ebenfalls gespeichert werden Elektronische Getriebesteuerungssysteme in Fahrzeugen mit OBDI-Ausstattung werden über ein Computernetzwerk, sogenannte Steuermodule, gesteuert, dies beinhaltet eine ständige Kommunikation zwischen den verschiedenen Steuermodulen über das Controller Area Network CAN, der CAN ist ein komplexes System aus Verkabelungen und Steckverbindern, mit dem Daten zwischen dem TCM und dem PCM übertragen werden Daten einschließlich gespeicherter Codes können auch über den CAN mit anderen Kontrollern geteilt werden Die Eingangs- und Ausgangsdrehzahl RPM, die Fahrzeuggeschwindigkeit und die Radgeschwindigkeit des Getriebes werden von mehreren Steuerungen gemeinsam genutzt Diese Daten werden nicht nur zum Vergleich in elektronischen Traktionskontrollsystemen verwendet, sondern auch in Antiblockiersystemen und elektronischen Stabilitätskontrollsystemen Das PCM verwendet Eingangssignale von mehreren Motor- und Getriebesensoren, um die Schaltstrategie des Automatikgetriebes zu berechnen Eine Hochdruckpumpe innerhalb des Getriebes drückt Flüssigkeit durch den Ventilkörper in die Klemmkörperanordnung Zusätzlich zum Schmieren und Kühlen des Getriebes Durch die Hochdruckflüssigkeit können sich die Kupplungen vorübergehend vom Klemmkörper lösen so dass das Übersetzungsverhältnis reibungslos geändert werden kann Ein oder mehrere elektronische Druckregelungsmagnete EPC helfen bei der Regulierung des Flüssigkeitsdrucks Elektronische Drucksensoren EPC liefern dem PCM relevante Daten zum Flüssigkeitsdruck an verschiedenen Stellen im Getriebe Elektronische Schaltmagnete werden verwendet, um den Fluss von Hochdruckfluid zu unterbrechen so dass das Getriebe auf Befehl die Gänge schaltet Das PCM verwendet Spannungseingangssignale vom Getriebeeingangsdrehzahlsensor und vom Getriebeausgangsdrehzahlsensor um zu bestimmen, ob das Getriebe effizient schaltet Wie bei vielen anderen Fehlfunktionen des Automatikgetriebes kann ein Code des Getriebesteuerungssystems entweder durch einen elektrischen oder einen mechanischen Fehler verursacht werden Wenn das PCM eine Fehlfunktion feststellt, sollte eine MIL-Beleuchtung auftreten und ein Code P0883 wird gespeichert Ein Beispiel für ein typisches TCM-Übertragungssteuerungsmodul Was ist der schwere Grad dieses DTC? Wenn dieser Code gespeichert ist, haben Sie möglicherweise bemerkt, dass Ihre Übertragung viel härter als normal schaltet Wenn Ihr Fahrzeug den Code P0883 aufweist, sollte dieser so schnell wie möglich diagnostiziert werden Was sind einige der Symptome des Codes? Zu den Symptomen eines P0883-Fehlercodes können gehören Elektronische Traktionskontrolle deaktiviert Unregelmäßige Schaltmuster des Getriebes Schaltfehler des Getriebes Andere verwandte Codes ABS deaktiviert Was sind einige der häufigsten Ursachen des Codes? Ursachen für diesen Code können sein Schlechtes Relais oder durchgebrannte Sicherung Schmelzsicherung Ausfall des Fahrzeuggeschwindigkeitssensors Unterbrechung oder Kurzschluss im CAN Mechanischer Übertragungsfehler TCM, PCM oder Programmierfehler Was sind einige Schritte zur Fehlerbehebung bei P0883? Sie benötigen einen Diagnosescanner, ein digitales Volt-Ohmmeter, DVOM und eine Quelle zuverlässiger Fahrzeuginformationen, um einen Code genau zu diagnostizieren P0883 Ein Oszilloskop kann sich auch bei der Diagnose verschiedener Geschwindigkeitssensoren als sehr hilfreich erweisen Sie können sich Zeit sparen, indem Sie nach Technischen Service-Buildtanks, TSB, suchen, die den gespeicherten Code, das Fahrzeug, ja, Marke, Modell und Motor und die angezeigten Symptome replizieren Diese Informationen finden Sie in Ihrer Fahrzeuginformationsquelle Wenn Sie den richtigen TSB finden, kann dies zu einer schnellen Lösung Ihrer Diagnose führen Nachdem Sie den Scanner an den Fahrzeugdiagnoseanschluss angeschlossen und alle gespeicherten Codes und relevanten Standbilddaten abgerufen haben Notieren Sie sich die Informationen, falls sich herausstellt, dass der Code zeitweise auftritt Löschen Sie danach die Codes und testen Sie das Fahrzeug Bis eines von zwei Dingen eintritt, der Code wird wiederhergestellt oder das PCM wechselt in den Bereitschaftsmodus Der Code ist möglicherweise schwieriger zu diagnostizieren Wenn das PCM zu diesem Zeitpunkt in den Bereitschaftsmodus wechselt Da der Code intermittierend ist, der Zustand, in dem der P0883 gelagert wurde, muss sich möglicherweise verschlechtern Bevor eine genaue Diagnose gestellt werden kann, wenn der Code wiederhergestellt ist, fahren Sie mit der Diagnose fort Sie können die Stirnansichten des Steckverbinders, die PIN-Belegung der Steckverbinder, die Diagramme zur Lokalisierung der Komponenten, die Schaltpläne und die Diagnoseflussdiagramme In Bezug auf den betreffenden Code und das betreffende Fahrzeug unter Verwendung Ihrer Fahrzeuginformationsquelle abrufen Führen Sie eine Sichtprüfung der zugehörigen Kabel und Anschlüsse durch Reparieren oder ersetzen Sie Kabel, die abgeschnitten, verbrannt oder beschädigt wurden Verwenden Sie den DVOM, um Spannungs- und Erdungskreise am TCM und oder PCM zu testen Wenn keine Spannung erkannt wird, überprüfen Sie die Systemsicherungen, ersetzen Sie durchgebrannte oder anderweitig defekte Sicherungen nach Bedarf und testen Sie sie erneut Wenn am TCM Spannung und Masse erkannt werden, testen Sie den entsprechenden Stromkreis am PCM-Anschluss Wenn dort keine Spannung festgestellt wird, besteht der Verdacht auf eine Unterbrechung zwischen der betreffenden Komponente und dem PCM Wenn dort Spannung festgestellt wird, vermuten Sie ein defektes TCM, PCM oder ein Programmierfehler Der P0883 wird normalerweise wegen eines defekten Kontaktrelais gelagert